Sie sind die allerbesten Freunde und endlich zurück im buntesten Abenteuer aller Zeiten. Voll lecker, Oma. Neue Freunde. Genelope, das ist Dixie. Ihr werdet sicher schnell freuen. Muss nicht eifersüchtig sein, Lika. Alte Feinde. Jetzt müssen wir alles abreißen. Du kriegst den Hof nicht. Meine Eltern müssen nächste Woche kein Geld auftreiben und können mir die Koffer packen. Große Gefühle. Ich hab mich ein bisschen verritten. Trainiert für das Turnier. 2000 Euro Preisgeld. Versuch es. Und noch größere Herausforderungen. Warum machst du das? Wir haben nicht mal mehr zwei Wochen. Dass so ein Pferd wieder Vertrauen fasst, das ist nicht einfach. Hey Dixie, das ist unser Trainingsplan. Haben alles versucht. Und wer hätte es gedacht. Gemeinsame Kraft. Gibt es doch nicht. Haben wir es doch geschafft. Das ist ein Ferrari, also als Pferd. Wenn sie es schafft, dann sind wir geliefert. Sie vertraut dir. Ich brauch dich. Jetzt müssen Wendy und ihre Freunde beweisen, dass Vertrauen Wunder bewirken kann. Wenn die zwei Freundschaft für immer. Ab 22. Februar im Kino. zwischen les Bauch. Vielen Dank.